so ein gelber zitrin das ist jetzt ein bisschen blöd mit der schiebetür wird ein bisschen eng aber sieht auf jeden fall echt ganz nice aus auch von innen eigentlich voll okay schauen wir uns wir mal von hinten an jetzt gerade hier drinnen sieht eigentlich cool aus wir haben gerade mal ein bisschen versucht zu messen wir haben unseren zerstack vergessen ja also wir denken dass wir die maße von drei meter länger und vielleicht 180 breite haben das wäre eigentlich ganz cool weil dann könnten wir das bett nämlich so einfach und dass wir halt quasi dort längst schlafen und ja mal gespannt man ist gerade fragen für den zollstock ja schauen wir mal zum nächsten weg zum nächsten ja der ist auf jeden fall eine sehr starke preisklasse höher aber dafür hat er vier fenster ja ich bin gespannt also eben der gelbe war schon ganz cool aber das war das motor war nicht ganz lieben leise lief ein bisschen unruhig das hat aber so geruckelt deswegen ja wir sind jetzt nicht die pros deswegen sind wir da lieber ein bisschen vorsichtiger und werden jetzt mal schauen dass es die anderen werden so machen das ist ja Zucato ist schön, ja, andere Preisklasse halt auf jeden Fall. Einfach mal halt auch viel zu teuer, aber auch sieben Jahre jünger. Was sagt Melli? Ja, sieht auf jeden Fall nice aus. Hat zwei Fenster, ist halt schon ganz schön. Ja, vier sogar. Also ja, okay. Auf jeder Seite. Genug Licht auf jeden Fall. Ja, ja. Schauen wir mal. Mal gucken, wie er von innen ist. Hello people. Ja, wir sind wieder Autos angucken und es sieht so aus, als hätten wir etwas gefunden. Ah, ja. Wollt ihr sehen, was wir gefunden haben? Mein Gott. Ich zeig's euch mal. Ich weiß nicht, wie man die Kamera umdreht. Neues Telefon. So, ich hab's dann auch geschafft, umzudrehen. Und Leute, er ist einfach blau. Er ist blau. Und er ist so wundervoll. Er ist komplett verglast. Hi. Hi. Mila ist auch dabei. Ja, das wird unser Baby. Oh mein Gott, das ist unfassbar. Er hat halt jetzt noch ganz viele Sitzreihen drin, wie man sieht, die wir dann noch ausbauen werden. Aber es ist einfach genial. Sogar hinten ferns da überall. Das Licht wird uns zufluten. Ja. Wir werden den Sonnenaufgang von allen Seiten haben. Ja. Wahnsinn. Ich kann's gar nicht glauben. So surreal. Hammer. Hast du noch was dazu zu sagen? Ich freu mich. Ja. Wir werden jetzt anfangen. Endlich. Ja. Das Ziel ist erreicht. Ja. Oh mein Gott. Wir sind auf dem Ziel. So. Ja. Wir gehen jetzt noch in Düsseldorf was essen. Ein bisschen chillen und die Sonne genießen. Ja. Und auf unser Auto anstoßen. Ja. Ich freu mich so. Me too. Also stay tuned. Mila, Mila. Das war ich schon wieder nicht aufgenommen. Ich weiß es nicht. Ganz stur. Ja. Wir stehen jetzt am Rhein und essen was Leckeres. Gesunde Bowls. Ja. Und ich schau mal, wie lecker das aussieht. Uh. Kali Eats in Düsseldorf. Checkt's aus. Eist Saladen auf jeden Fall. Ja. Richtig, richtig lecker. Ja. Ich freu mich so. Mir ist so ein Stein von Herzen gefallen. Ja. Auf jeden Fall. Richtiger Meilenstein. Wir haben's geschafft. Wir haben ein Fahrzeug. Das ist der Wahnsinn. Jetzt kommt der Rest. Wir haben gerade schon gesagt, das nächste Mal sitzen wir am Strand und essen. Und so selbst gemachte Bowl. Ja. Am Strand mit Aussicht. Genau. Rezepte werden folgen.